Er hat uns eine Spur hinterlassen. Jetzt müssen wir ihn finden. Sie sind jetzt einer von uns. Ein Kämpfer des Herrn. Wieso wählt der Teufel diesen Menschen und nicht deinen anderen? Dad! Die Wahl des Teufels kann jeden treffen. Was die Bibel euch lehrt, ist die Wahrheit. Die größte Gefahr durch einen Dämon droht nicht unserem Leib, sondern der Seele. Liebes? Gott wird ihm zur Seite stehen. Schreckliches Steck hervor. Etwas Böses wird passieren. Er wird dir helfen, Liebes. So etwas ist nie leicht. Capus Dominin Ostri Jesu Christi. Oh mein Gott. Daddy, bitte hilf mir! Zeige dich, tritt hervor! Die Auferstehung. Es ist der Antichrist. Verkünde ihnen, ich bin hier. Achoo! Gott! Ah! 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 naughty Angst. Hier bist du. Vielen Dank.